Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 7. Februar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1160. Heute mit dabei Deezer, Spotify, Meta, Snap, Stadia und Fritzbox. Ich starte zuallererst mit Deezer, denn die haben, wie so ganz viele andere Firmen, heute vor allem in dieser Episode, die Quartalszahlen bekannt gegeben. Die schauen da nicht ganz so schlecht aus, doch heute soll es nicht um die Quartalszahlen gehen, sondern um den Anstieg im Umfang des Musikkataloges. Hatte dieser bis anhin in Anführungsschlusszeichen nur 73 Millionen Titel, kommen sie jetzt auf 90 Millionen Titel, also gleich viel wie Apple zum Beispiel bei Apple Music hat. Was ist da jetzt neu mit drin, ausser dass eben deutlich mehr an Titeln mit drin ist? Ja, dieser Hi-Fi kommt mit dazu. Die 90 Millionen Titel sind wie bei Apple in einem hochqualitativen Audioformat konvertiert, so dass man es eben in einem schönen, tollen Klang hören kann, wenn man dann logischerweise auch das entsprechende Equipment dazu hat. Wenn man irgendein billiges Android-Smartphone hat und die günstigsten Bluetooth-Kopfhörer, die knirschen und knarschen oder noch was mit Kabel, das beigelegen ist, wahrscheinlich sogar noch bei diesem Telefon, dann nützt einem das nicht so viel. Aber wenn man ein entsprechendes Equipment und oder Kopfhörer und oder Lautsprecher etc. hat oder sonst ein Wiedergabegerät, dann kann man da natürlich stark davon profitieren. Was ist das Schöne dabei? Wie bei Apple gibt es das kostenlos, also für alle normalen Nutzer. Kann ich in dem Sinn nur empfehlen, viel mehr als das nächste, nämlich Spotify. Auch die haben Zahlen bekannt gegeben. Und auch da, man ist wieder gewachsen, circa um die 16% im Year-on-Year-Vergleich, also im Vergleich zum letzten Jahr. Man liegt aktuell bei 180 Millionen Abonnenten und 406 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Also Nutzern, die einmal im Monat die App öffnen. Da zähle ich wahrscheinlich auch mit dazu, weil ich einmal im Monat checke, ob meine Podcasts noch da drin sind. Und somit bin ich ein monatlich aktiver Nutzer. Ziemlich sicher gehe ich doch mal davon aus. Was gibt es noch mehr von Spotify zu berichten? Ja, da war doch was. Im letzten Jahr hat man noch ganz kurz, bevor es Apple bekannt gegeben, gesagt, man bringt jetzt Hi-Fi-Funktionen. Und das wird ein bisschen was kosten. Dann kam Apple und sagte, wir bringen Hi-Fi-Funktionen für X-Titel, glaube ich am Anfang 20 Millionen. Und dann gegen Herbst dann den vollen Katalogumfang, die 90 Millionen. Und was hat Apple gemacht? Apple hat geliefert, wie versprochen. Bei Spotify hat es dann doch nicht so geklappt. Man hat dann auch ein bisschen zurückgekrebst mit dem Preis. Der Preis soll noch bleiben, aber bis Ende Jahr hat es nicht geklappt. Nun hat man gesagt, bis Februar soll es soweit sein. Was meinte dann der Spotify-Chef Daniel Eck bei der Quartalszahlenverkündung? Ihr Mann wisse es noch nicht, weil man hänge da irgendwo in Lizenzverhandlungen fest. Ziemlich unschön. Wer aktuell gute und Hi-Fi-aufgelöste Musik haben möchte, sollte sich andersweitig umschauen. Das Schöne ist, egal ob bei Apple, Amazon oder eben vorgenannten Deezer, da bekommt ihr das allesamt, wenn ihr dann möchtet. Weiter geht es mit Meta und auch da geht es um Zahlen und zwar nicht ganz kleine Zahlen. Der liebe Herr Zuckerberg oder besser gesagt die Firma dahinter, Meta, hat 26% an Wert verloren. Das Ganze ist an einem Tag um mehr als 200 Millionen Dollar zurückgegangen. Also der Wert der Firma Meta. Und somit hat auch der CEO, und jetzt kommen wir wieder zurück auf den Markt, nämlich 12,8% Aktien, die er besitzt, die sind stark runtergegangen. Was heisst das für ihn? Er ist nicht mehr 85 Millionen Dollar schwer, so schätzt es zumindest die Forbes, sondern knappe 29 Milliarden Dollar weniger. Somit ist er, in Anführungsschlusszeichen, nur noch der zwölfreichste Mensch auf diesem Planeten. Facebook, besser gesagt, doch, wir nennen es weiterhin Facebook, sagt in erster Linie, es sind natürlich nicht sie dafür verantwortlich, weil, äh, äh, ja, sie haben es ja mit Innovationen sowas am Hut, Hashtag not. Ne, sie sagen, Apple sei schuld, zum Beispiel wegen der Änderungen am Datenschutz, dann sei aber auch der zunehmende Webbewerb, zum Beispiel TikTok, daran schuld. Ja, man konnte halt jetzt für einmal nicht etwas anderes, was erfolgreich ist, kopieren, liebes Reels, ähm, genau, wie man es früher getan hat, mit Snapchat und Co. Ziemlich unschön für Facebook, wer jetzt natürlich ein bisschen Geld machen möchte und in Anführungsschlusszeichen wahrscheinlich nicht ganz so sauberes Geld, weil wer möchte schon mit Facebook Geld machen, der könnte jetzt investieren. Aber keine Empfehlung an der Stelle, es kann natürlich auch noch weiter bergab gehen. Mal schauen, wie sich da diese neue Firma oder die Firma mit den vier Buchstaben, die ich Facebook nenne, weiterentwickeln wird. Wo wir es gerade davon hatten, auch Snapchat, also die Firma hinter Snapchat, hat ein schönes neues Quartalsergebnis veröffentlicht. In den Gerüchten vorab meinten die Analysten noch, dass das Ganze ziemlich stark den Bach runtergehen könnte und Snapchat, wie auch Pinterest, zu den Verlieren gehören könnte. Zweiteres, Pinterest hat ein bisschen verloren, Snapchat anscheinend nicht. Sie haben es geschafft, das erste Mal in die schwarzen Zahlen zu kommen. Wie haben Sie das geschafft? Mit Ihren Werbegeschichten und auch sonstigen, was alles noch rundherum läuft und eine gute Entwicklung der Nutzerzahlen. Denn die ist nämlich angestiegen. Knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was man unter anderem nicht nur, oder vor allem auch der Geschichte mit mehr Datenschutz und mehr Sicherheit zuzuschreiben hat. Finde ich nicht schlecht. Mal schauen, ob sie jetzt immer noch so ein Übernahmekandidat sind. Wir werden es sehen. Dann gibt es Neuigkeiten von Google. Da spricht man nämlich von einer grossartigen Zukunft fürs Cloud Gaming. Ja, ich glaube, ihr wisst, um was es geht. Um Google Stadia. Von mehreren immer wieder totgesagt. Vor kurzem gab es auch in der Gerüchteküche. Anscheinend Mitarbeiter von Google, die gesagt haben, dass das Ganze eingestellt wird. Google hat das Ganze jetzt ein bisschen, also ein klein wenig, dementiert. Sie meinten, nee, hatten grosse Zukunft das Cloud Gaming. Grundlegende eigene Meinung. Ja, ich glaube an das Cloud Gaming. Ich glaube auch, dass da andere Hersteller noch den Weg dahin finden werden. Google ist da recht früh mit drin gewesen. Wie auch damals mit ihrer ersten. Und dann schlussendlich auch mit ihrer zweiten Brille. Aber mal schauen, ob sie Stadia so lange halten können. Und oder ob sie einfach die Technologie dahinter weiterentwickeln werden. Und die vielleicht dann auch anderen zur Verfügung stellen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mich gleich über den Chrome-Browser. Ich muss nämlich in Stadia rein und mir die aktuellen Monatsspiele sichern. Das ist so das Einzige, was ich die letzten paar Monate bei Stadia habe machen können. Denn die liebe Zeit ist halt so ein Ding. Aber ansonsten macht das Spass mit dem Spielen da drin. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Hinweis auf den neuesten Testbericht im Pogipsi.ch-Blog. Die Fritzbox 6850 5G ist die neue Box, die kleine Box. Obwohl so neu ist die auch nicht mehr. Aber ich habe sie jetzt im Langzeittest für euch gehabt. Und schreibe euch ein bisschen, für was die geeignet ist. Und warum ich die mag und wo ich sie aktuell genau einsetze. In diesem Sinne, bis bald. Habt einen guten Start in die Woche. Wir hören uns wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.